Euer Spielfilm auf Disney Junior Der Cowboy Woody wird gestohlen. Ich kann's nicht mit der Ansehen. Kann mir jemand die Augen zuhalten? Oh nein, er stühlt Woody. Wir haben einen Freund, der in Not ist. Und wir werden nicht ruhen, bis er sicher wieder in Andys Zimmer ist. Okay, Freunde, dann wollen wir mal! Macht euch auf den Weg... Aus der Wand! ...zu einem langen Abenteuer. Alles fertig? Dann los! Helft den notigen Spielzeugen, ihren besten Freund zu befreien. Das ist eine Rentungsaktion! Hier ist er! Jungs, was? Da ist er! Seid gespannt auf Toy Story 2. Samstag 8.30 Uhr auf Disney Junior.